willkommen zurück zu einem weiteren video und zwar zur twitcher ja und ich habe mich jetzt einfach mal dazu entschieden und so wird zu spielen weil ich das schon die ganze zeit machen wollte und habe mich jetzt einfach dazu entschieden das jetzt zu machen ja ich weiß wir auch noch andere spiele aber ich habe mich trotzdem dazu entschieden weil ich schon die ganze zeit machen wollte und jetzt habe ich mir gedacht ich möchte das nicht weiter aufschieben ich hätte es auch für mich alleine spielen können aber ich habe gedacht ich nehme einfach mal mit und deswegen gehen wir rein ente wird ja ich kann euch nur empfehlen noch hört oder lest euch die bücher durch richtig gut und der erste und zweite teil kommen dann eventuell irgendwann mal aber dass die staub so grottig schlecht dass es halt einfach eigentlich gar keinen spaß macht die zu spielen vom ersten teil kommt ja ein remaster remake wie auch immer raus und das werden wir uns dann auf jeden fall auch geben also können wir uns die geschichte tutorials anja spielstand aus dem zweiten wünscher simulieren ja ok also also ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Reiner weit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte, als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Ihhh. Genau. Also benimm dich lieber. Na los. Wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Hm. Ich verserf, Onkel. Wenn du fällst, vielleicht. Hey, ich war schneller da. Ey, ich muss erstmal in die Steuerung wiederkommen. Oh shit. Was hab ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Hey. Was hast du gesagt, das dürfen wir nicht? Ich hab gesagt, du darfst das nicht. Tja. Rasiert. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Gule sich von Aalgulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Serikanien heimischen Panthera Tigris, sowie durch die Pankerblässe des Gesichts. Hm. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stirb dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Gerald und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Ah, mal die Grundlagen. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Gerald. Okay. Okay. Komm her. Jetzt zu den Paraden. Ciri, siehst du, wie Gerald das Schwert hält? Den Winkel? Was soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Konter, Schlag gegen Schlag. Aha. Ich habe dir die Kehle aufgeschlitten. Mist. Und eins. So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Gwen an. Ciri, Gwen wird manchmal der Hexer-Schild genannt. Schau gut zu. Dann siehst du, wie war es. Ich wirke Igni, Gerald. Ich will die Funken fliegen sehen. Siehst du, ohne das Gwen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Art, Gerald. Na los. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem Rhythmus. Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Hallo. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Hürden, jetzt. Zeig's ihr, Gerald. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Es ist noch nicht zu spät, zu zögen. Keine Sorge, Ciri. Gwen wird die Explosion dämpfen. Hä? Hä? Irgendwo hingebrochen habe. Hä? 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 Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Hä? Hallo. Sag mal. Ey. Wir stehen da und er kommt direkt, Junge, von hinten angestochen. Woho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kermorhen polieren. Hast du den Helm? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. was solltet? Ja? Wie ist denn? Der ist in mir. Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wascherwolf. Nein! Die falsche Jagd. Entschuldigung. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kermorhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Jennifer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Mhm. 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 Das ist wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir üben. Das waren noch Zeiten. Hm. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum? Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff sie. Ja, die wilde Jagd, Entschuldigung. Ich konnte mich nicht rühren. Stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbären. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Vysima. Hm. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich habe das Einhorn noch. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha. Verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? Zwei, drei Tage. Die Spur ist frisch. Aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte. Hörst du das? Ich höre und rieche es. Du lämst. Glitzen wir sie auf. Einmal. Schöne Arm ab. Komm her. Mein kleiner. Schön. Hackfleisch. 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 Gut, meine Lieben. Dann haben wir hier schon mal den Anfang gemacht und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.